Ja, liebe Utrefreunde, was macht da der Baurausi? Alle Woche einmal wird da meine Schnitzelheizung von Russ gereinigt, Asche rausnehmen, Brennraum reinigen. Ja, das macht alle Woche. Heizung, gereinigt, muss die da wieder gestartet werden. Wieder auf Automatikbetrieb stellen, Sauggebläse, Automatikbetrieb, aus Kessel, hier sieht man Temperatur links, Speicher, rechts Kesseltemperatur. Und jetzt wieder Kessel starten. Kessel 1, Automatikbetrieb wird gestartet. Nach dem Reiligen, Sauggezahne immer schnell mal im Boden, da sammelt sich da viel Dreck. Und da wird jedes Mal da, einmal in der Woche, gesaugt.